happy birthday miranda die grande ausrufezeichen punkt champagner aufwendige xxl dorten und rote rosen so und nicht anders feiert ex gntm kandidatin natalie volk ihren 25 geburtstag bei instagram zeigt miranda die grande wie sie sich inzwischen dort nennt eindrücke ihrer feierlichkeiten und die sind ziemlich extravagant wie das video zeigt punkt punkt walk of fame torte mit bildern punkt in einem engen roten schulterfreien kleid mit gelocktem haar und blutroten lippen stürzt sich die ex von unternehmer frank otto 64 in ihre geburtstags feier es gibt nicht nur edlen perlwein sondern auch gleich drei torten die ihre natalie wohl besser kaum widerspiegeln könnten ein süßer schokokuchen eine walk of fame torte mit bildern von ihr und eine kreation im stile von new york so lässt es sich doch 25 werden obendrein gönnt sich das geburtstagskind offenbar noch ein neues tattoo ihre rechte bauchseite zieht jetzt ein kolibi ein ruf nach freiheit das model nimmt aktuell schauspielunterricht in new york noch vor kurzem war sie in den armen ihres ex verlobten timur akbulut 43 doch ende 2021 zog sie einen schlussstrich mit ihm und ihrem leben in der türkei und stürzt sich nun offenbar in ihre ausbildung feiern und viel kuchen sehr gut Untertitelung. BR 2018